Die macht Spaß, macht schlau. So habt ihr eure Stars noch nie erlebt. Ihr lernt Noten lesen mit Kindermusiker Nils. Es gibt ja so kleine Notenhefte, die sind überall Linien drin und da malt man am besten alle Noten rein. Ihr lernt singen mit Glasperlenspielen. Ich glaub daran, dass es besser ist. Also man kann es auf jeden Fall auch üben, dass man diesen Schritt von der Brust zur Kopfstimme so ein bisschen nahtloser macht. In der Radio Teddy Musikstunde. Eure Stars helfen euch beim Lernen zu Hause. Jetzt reinklicken und mitlernen auf RadioTeddy.de. Denn Radio Teddy macht Spaß, macht schlau. Immer mehr Kinder und Familien in Deutschland hören jeden Tag Radio Teddy. Zum Beispiel auch am Vormittag. Wir hören euch den ganzen Tag und es ist echt eine super Unterstützung. Nur bei Radio Teddy geben euch die Familienexperten wertvolle Tipps für ein noch schöneres Familienleben. Zum Beispiel zu den Themen Erziehung, Schlaf und Lernen. Jeden Tag von 10 bis 2 bei Radio Teddy. Das Kinder- und Familienradio. Alle Frequenzen und Empfangsmöglichkeiten auf RadioTeddy.de. Wenn die ersten Blumen sprießen, ist Weihnachten. Wenn die Sonne strahlt und wir ins Freibad springen, ist Weihnachten. Wenn die Blätter bunt werden, ist Weihnachten. Mit Radio Teddy ist Weihnachten, wann immer ihr wollt. In der Weihnachtsbänkerei. Mit dem Radio Teddy Webchannel Weihnachtslieder und dem Webchannel Weihnachtssitz. Jetzt ganz einfach hören über die Radio Teddy App und alle Smartspeaker. Für alle, die vom Fest nicht genug bekommen. Merbung. Ich bin's, die Rensenvieh. Deutschland.